Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die TipToy Ladestation einrichten, mit dem WLAN verbinden und darüber automatisch Audiodateien auf den Stift laden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe mir mal ein neues Buch zugelegt und damit ich die Audiodatei jetzt nicht jedes Mal manuell per PC auf meinen Stift laden muss, habe ich mir auch mal noch zusätzlich so eine Ladestation besorgt und über die wird es danach automatisch funktionieren. Hierfür müssen wir diese erstmal richtig anschließen, weswegen ich meine Ladestation auch schon auf den Kopf stelle und da unten sehen wir auch schon den entsprechenden Anschluss. Da kann ich das mitgelieferte Kabel nämlich ganz einfach richtig rum hineinstecken und natürlich den anderen Stecker in eine Steckdose hineingeben. Sobald ich nun den Stift mit der Rückseite nach hinten schaue und auf die Ladestation draufgebe, sollte hier auch schon die rote Lampe aufleuchten, weswegen sich der Stift auch schon automatisch auflädt. Und gleich sollte hier unten das WLAN-Symbol auch noch oros aufleuchten, so wie es jetzt der Fall ist, weswegen wir unser WLAN auch schon richtig einrichten können. Am besten jetzt ein Smartphone verwenden, funktioniert natürlich mit dem PC oder Laptop auch relativ ähnlich und da müssen wir mal hier oben auf unsere WLAN-Einstellungen draufgehen. Da bleibe ich etwas länger oben und wir können jetzt nämlich auch schon erkennen, dass hier unten sich ein WLAN öffnet mit dem Namen TipToy und ein paar Zahlen und Buchstaben dahinter. Da klicken wir jetzt einfach einmal drauf. Bitte nicht wundern, dass hier kein Internetzugang steht. Das passt auf jeden Fall, weswegen wir hier auch schon mal wieder rausgehen können. Und dann müssen wir noch einen beliebigen Browser wie zum Beispiel Google Chrome öffnen und in die Adresszeile bzw. natürlich auch hier oben die folgenden Zahlen eingeben. 192.168.1.1 und das Ganze dann auch schon suchen. Nun noch die Zugangsdaten von dem WLAN zu Hause eingeben. In meinem Fall Luigi Sutter natürlich auch das richtige Passwort und wir können hier unten mal auf Speichern klicken. Normalerweise sollte das WLAN-Symbol der Ladestation jetzt durchgehend grün leuchten, weil mir hat es nur kurz grün aufgeleuchtet, weswegen wir jetzt aber trotzdem mal schauen, ob die Verbindung funktioniert hat und ob wir die gewünschten Audio-Dateien uns auch schon herunterladen können. Hierfür müssen wir unseren Stift zuerst einmal anmachen, indem ich auf diesen Knopf drauf drücke und danach können wir auch schon im Buch auf das Einschaltzeichen einmal draufklicken. Und danach gebe ich diesen auch schon in meine Ladestation hinein. Das schaut super aus und sobald der grüne Ring hier unten jetzt seit komplett voll ist, haben wir den Download auch schon richtig abgeschlossen. Ich nehme den Stift also mal wieder aus unserer Station raus und kann das Buch jetzt auch schon richtig erkunden. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch einen neuen Stift, eine Ladestation, verschiedenste Bücher oder natürlich auch eine Hülle zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.